Wir haben hier den Telekom Multimediaspeicher vom Hersteller LG. Dieses Gerät ist ein externes Speichermedium, eine Festplatte mit 1000 Gigabyte Speicherplatz, also dies entspricht 1 Terabyte oder auch in Megabyte ausgedrückt etwa 100.000 Megabyte. Dieses Gerät kann als externe Festplatte eingesetzt werden, verfügt über eine OOD, also optische Disk-Funktion, ist DLNA-Server, das heißt also, dieses Gerät ist Multimedia- und Netzwerkfähig, ist auch als iTunes-Musik-Server einsetzbar und verfügt über verschiedene andere Backup- und sonstige Funktionen. Von den Anschlüssen her können das Gerät am sinnvollsten direkt per Netzwerkkabel, zum Beispiel am Telekom-Sport-Gerät, WLAN-Computer anschließen oder auch per USB-Kabel direkt an Ihrem Computer anschließen. Dieses Gerät ist optimal für Ihr Heimnetzwerk, um gemeinsam auf Daten zuzugreifen, also egal, ob Sie aus dem Wohnzimmer, über den Fernseher per Entertain oder auch über Ihren Laptop im Arbeitszimmer auch Ihre Bilder, Videos, Fotos etc. zugreifen möchten, ist dieses Gerät optimal, um Daten zu speichern.